Willkommen zu Grim Dawn, einem Hack'n'Slay-Spiel und ich bin jetzt zum ersten Mal hier drinne. Ich habe gerade schon die Einstellungen ein bisschen gecheckt und gespürt, dass ich es dann abschiede. Ähm, ja, die ganzen Steuerung, das muss ich dann auch abschicken. Aber da habe ich gerade irgendwie gefließt. Das ist ein bisschen besser. So. Ich will... Ich freue mich, dass du das nicht spartierst. Von Schlau. Ja, das ist ein bisschen besser. Ja, wir müssen uns natürlich auf die Rackle erstellen. Male, Female, Hardcore. So. Es ist erklärt, dass das Intersex ist. Allerdings... So, Hardcore. Ja, das ist eine Frage, ob ich... ...erklärer, dass man es sehen kann. So. Guck mal, es steht hier, was das ist. Boah. Ich kann mich hart verspielen. Und wenn ich es dann einmal sterbe, dann bin ich tatsächlich froh. Na gut. Einfach so. Ähm... Tja, nein. Die Tour verkehrt sich auch überhaupt nicht. Schauen wir mal an. Schwerste Spielentstellung und... ...keine Ahnung, was das bedeutet. Ne, ich hab jetzt keine Lust, das alles wieder vorzunehmen. 1. 1. 1. 2. 1. 3. 3. 3. 3. 3. 5. 5. 4. 4. 5. 8. 7. 9. 7. 7. 8. 8. 9. 10. 10. 10. Ich habe dich in der Hand geblieben. Ich habe noch einen anderen Plan. Ich sehe ein Purpose in dir und werde ich nicht darüber argumentieren. Wo kann ich finden, Captain? Er ist auf der Straße, in der Korn-Yard. Probierlich koordinierend die Horde, die Grenzen gegen den Betten. Ich würde mich nicht regretten, dass ich mich verletzt. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Die Sands sind in der Evening-Around-Habend, in der anderen Mouth-Habend. So, noch relativ schnell. Und die Kamera... Achobian will build a bridge repair site, building site. This bridge, once connected, that was crossing to Achobian. It must be restored before you can cross it. You will take six scraps and three thousand euro files to repair. What? I just need to see the destruction. Oh, I can even save it, but the mine is very clear. So, keybindings. Skills is S, character is C. Mission window is Q, that's why we have M. Chat is T. Party, game mode. Okay, 1-0. Nach oben, nach unten. Das krieg ich wahrscheinlich nicht damit hin. Wie wär's? Hm, next skill? Ähm. Das ist die Kamera. 2 auf der 10er Seite, das ist ganz blöd, weil da hab ich nämlich meine Kameraeinstellungen drauf. Zum aufnehmen meine ich. Ähm. Okay, aber das sind nur die, das ist ja nur das Summen. So, drop item B and activate portal zone L. Switch weapon W. Show items, tour tips, show items. Filter, okay. No filter, filter, alles klar. Ähm. Hold key, hold. Genau. Also, ich meine, ich kenne das im Prinzip auch alles schon. Aus zum Beispiel Diablo. Force move ist F und A ist dann move. Okay. Ähm. 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 Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Und als Divinity ist die Intervention, die im Prinzip geht. So. Schicksal sind. So. So, das war alles, alles, oha, das ist aber ganz schön. So, der hat sich mal ein bisschen geklärt, oben, im Rest ist es schon, so dass ich meine Kappler in der 0.1 gespielt habe. One of us. So, yeah, the one that we almost hung, I didn't really see the sense in it, but then again, if one really cares what all the Marks needs, one of us needs, we really should go speak to the captain. He'll be the one deciding whether there is a place for you, here at this crossbow. Of the name watchman. Yeah, we see. Hi. I'm looking too bad for someone just acting on the brain. You were taken, assessed by the same creatures that have been reanimating these zombies here. Normally, I'd have buried you with the rest to be safe, but we've lost too many people that lead to death. Meet someone expendable, someone with hope. You lose the lot of gain, but now you're a 10 person. Proof your worth to me and the survivors of Devils Crossing may just welcome you. What is it that you want me to do? The bodies of death are rising again and so powerful in your life. Orpses don't just get up and ground on their own. But something is reanimating or deceased with our material energy. We have observed that for some time and they appear to be moving lower crossing the burial hill just beyond now. I want you to go to burial hill, find whatever is controlling those nominations and destroy it. I'd like to ask you... I'd like to ask you on something else. Very well, but make it quick. The longer you linger, the more death, the lower crossing. What is the situation here? The arterial really scrambled your memories, huh? The world has turned into a nightmare and there are things far worse than walking forces out there. This whole prison now serves as the last human refuge in these parts. You get the occasional ruptor passing through here with tales of other sanctuaries. I don't think there's much left of our kind beyond these walls. What is that? It's strange pelts and gritty salvagers eager to make a profit even in these desperate times. If you want my advice, make yourself useful here. Your other option is to die out here. Where can I find burial hill? You will need to fight your way through the lower crossing. Once you cross the stream on the far side of the town, there will be a beaten path leading a burial hill. I know I'm asking a lot of you, but I've been asking a lot of my people to love you with arms too. Help us in our hour of need and I will open the devil's crossbow. I'll find what's to create animating those corpses. Oh look! It's the disaster. Tell you what, I've got something that needs doing. And okay, good to see it done. I'm not quite sure you've got what it takes, but just come back with some blood in your boots. And maybe I'll reconsider just trying to make sure it's not your own blood. All right. All right. Is it the first time to do this work? Sorry, I can't let you enter. We need to be clear to try the captain before I can let it through. Let's go to the captain. Yeah, it's strong guys. It's still not working. So, ist das ein Tal? Das ist ein Tal. Das ist ein Tal. Der Sparrow. Oh, du musst... Du musst... ...de Paten. Ich habe gehört über die Masse. Das Aspekt. Der Sparrow ist wirklich ein Business. Ich bin nicht dafür. Ich bin ziemlich sicher. Ich bin ziemlich sicher. Aber du musst wirklich zu sprechen. Der Kapitän, bevor du zu viel herumschraubst. All right. Ist das ein Tal? Ja, ich bin ein Tal. 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 ... und dann hab ich noch mal drauf drauf, und dann hab ich mich noch hier. Das ist das Tal. Das ist ein Tal. Das ist ein Tal. Das hier ist ein Tal. Und dann. Das ist ein Tal. Das ist dann klar. Das ist eine Tal nach Norden. Ja. Warte mal was? Main Art. Krass, er hat eine Pistole. Ein Gewehr meint. Sieht schon ziemlich nüsse aus. Was noch eigentlich gefunden ist, habe ich jetzt gekauft. Ähm, tja, Entschuldigung. Ich müsste mich jetzt mit holen. So, was war das? Training auf dem Ending. Ja. Wo ist es denn aus? Das ist 1, oder? Äh, ja. 2, oder? Das ist jetzt schon aus los. 9 auf dem Rühmen. 1, oder? 1, oder? 2, oder? Und dann? Äh... 10,5... So, und wer muss denn jetzt reingehen, oder was? 2,5,5,4? Nein, sieh. 1,6,6,5-4... Ich kenne das Einseitman segnen, hätte ich. 4,5... Where ist es denn aus? 5,5-4,5-7. Das hat uns da Quietus sein tun. or was ich? 50. Ähm, ich sitze gerade hier nicht in den Rundgeburt mehr oder so. Äh, mehr anziehen. So, wir werden ja irgendwann mal noch das Leben kosten. Bisschen Zeit hier. Das war ja halt fest. Standard. Aber wir spielen auf der höchsten Rundgeburt. So wie das... Eigentlich nicht. So, ich muss ja mal versichern, ich muss den Teil entnehmen. Ich hoffe, wir regenerieren, dass wir Snaps, äh, nicht verpackt. Und, ähm, ja, das klingt ja krass oder sowas. Wenn ich jetzt sterbe, wenn ich ins Wasser gehe, das wär's ja. So, charakterlich. So, charakterlich. Und jetzt habe ich Spaß. Ja, das ist jetzt. Wollt ihr spüren? Ja. Und, ähm, das ist jetzt sicher ein bisschen. So. Oh. Nice. Okay, so nice. Got it. So cool. So cool. Ist das noch mal? Ja. Oh, das ist ein Volk drin. Zwei. Nehme ich den gerade mit Blöcke. Okay. Oh krass, der kann mich blöcke. Ich hab' die hier. Oh krass. Oh krass. Ne, da musst du ein bisschen draufpassen. Oh krass. Oh krass. Oh krass. Oh krass. und das ist ein Wachstumler von HHP8 dreifest 1000, 4000, 30 und wir brauchen die Qualität und ich bin schon bei ihm zu befassen Wir haben die Wachstumler und die Wachstumler und die Wachstumler Jetzt kommt es mir richtig aus und sieht, dass es so ähnlich ist. Der ordentliche Fänger, man.